Nein, 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 Bruder, ich kann hier nicht fahren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, Alter! Geil! Der, der am nächsten dran ist und nicht vom Wasser gewinnt. Okay. Ihr müsst stehen bleiben. Okay. Wenn ever kommt, dann geht! Okay, warte, 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 warte. Tschüss! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Ja! Ja! Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute machen, richtig eigentlich. Wir gehen Richtung, wollen wir Uhrzeit sagen oder sagen wir später einfach? Nee, Uhrzeit, sagen Uhrzeit. Wir gehen Richtung 3 Uhr alle Quad fahren für ein paar Stündchen. Also nicht alle. 4 Uhr? 4 Uhr? Bei denen. Digger! Wir könnten jetzt einfach einer Krippe den anderen, du könntest uns beide echt gut runterreißen. Ja, das wird mich ja auch tot. Egal. Soll ich machen? Wenn jemand denkt, wir haben irgendwie Probleme oder so. Haben wir doch auch, oder? Was macht ihr jetzt als erstes? Wir gehen Badehose einkaufen. Weil dann gehen wir... Apotheke noch? Wir gehen vielleicht ins Meer. Wir gehen heute das Loch besuchen. Von Reef, was sie vor Monaten gemacht hat. Wahrscheinlich ist es nicht mal da, aber wir gehen zu dem Punkt, der bei Google Maps ist. Und wir fahren Quad. Und dann fahren wir noch zurück mit der Fähre. Wenn das klappt mit dem Stream. Was ich nicht denke, aber wir versuchen es. Oh, das ist ein Ball. Ein Ball holen? Ja, volle Ball. Ja, ja, klar. Digger. Bro, wir müssen. Aber guck mal, da ist das kleine Kind drin. Das ist mir so scheißegal, das weißt du gar nicht. 80 Kilo, hey. 80 Kilo, einer kommt... Ja, feister wahrscheinlich nicht, aber... Okay, Chat, wollen wir das kaufen, ja oder nein? Einer damit raus aus dem Meer. Einer treibt damit ins Meer raus. Und kommt nie wieder zurück. Ja oder nein? Ich will es nicht sein. Ja, komm. Okay. Hier ist sogar ein netter Quarz. Hier gibt's alles. Hier gibt's Obsidian. Ich hab den Scheiß mal an. W. W, W, wichtiger. Ich hab einen guten extra ausgesucht, bro. Extra guten. Gib mir die Sonnenbrille. Zieh sie mir an. Ich brauch die, ich brauch die. Ich hab hellblaue Augen. Ich hab hellblaue Augen, bro. Der alte Mann hat an dem hier gewurzt. Wer hat gewurzt? Der alte Mann, der an mir vorbeigegangen ist, hat so richtig laut gefurzt und ist weitergegangen. Könnt' ich. Macher. Jetzt suchen wir das One Piece! Na 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 One Piece! Ich werde mich auf dieses Brot hier draus setzen und werde einfach gerade hoch, bis ich irgendwas gefunden habe. Das ist der Plan. Blas mal auf die Scheiße. Hier, mach mal. Bruder, hast du das noch nie gemacht? Nein, Bro. Manchmal denke ich echt, dass du so Prinzessin-Shit bist. Bin ich auch. Ja, das dauert so lange. Nein, das geht voll schnell, Bro. Das ist so Opfer-Shit gerade. Okay, dann werde ich jetzt sterben in den nächsten 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr stark genug sind, dich zurückzuziehen. Doch. Digger, ihr seid drei Mann. Wenn nicht, nicht wegschweißen und mach so, dass man alles sieht und dann hilft. Also wenn die Kamera ein Vorrang über dein Leben. Ja. Real Talk, wenn der Knoten nicht löst, dann verdient gestorben wird. Real Talk. Moments before disaster gerade, ich sag's euch, Jungs. Was? Boah, Alter. Host noch ein letztes Mal. Ja, aber zur Sicherheit noch mit der Käppi. Hoher Tüch. Dass man die Haare nicht sieht. Alter, was ein Knuckeln, Bruder, was? Wo ist's? Digga, Alter. Hallo, reicht doch jetzt. Oh. Ne, mach weiter. Mach bitte den Rest alleine. Bitte. Nein. Bruder, wichtiger, bitte helf uns. Für 50 Subs lass ich Hugo los gleich. Okay, Leute? Also. Wir sehen uns nochmal. Ich kümmere mich gut zum Vivi. Danke. Hau rein. Mann uns. Ich such das One Piece. Ah, das ist kalt. Ah, das ist kalt. Ah, das war's netter. Hey. Oh Gott. 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 Digga, das ist so geil. Hugo, du musst das Ding auf die Schulter nehmen und bieten. Baywatch nach vorne. Oh, das sind Steine. Oh Gott, Hugo. Boah, hab ich die bereit. Ich bin auf meine Beine. Oh, ist das so gut? Ja. Oh Gott. Ich lass los, okay? Vielleicht muss das... Ich lass los. Ich lass los. Ich hab auch gewusst. Nein! Nein! Ich habe den Stein aufreißen. Ich hab den Stein aufreißen. Land! Digga, Risa, ich habe irgendein Zeitpunkt bin ich mehr nach da gegangen, wie nach da. Aber ist es geil? Ich wünsche es mir nochmal, das war so Adrenalinkick, ich dachte wirklich gerade, okay, das war's. So, wir ziehen um, wir gehen jetzt zum Loch kurz, dann drehen wir wieder um und fahren Quads. Wir kommen, wir essen dich, wuuuuh, ich kann's dich nicht retten, das ist doch existiert nicht mehr. Ist es hier? Soll ich das, was du da drüben sagst? Ey, das Loch ist weg anscheinend. Habt ihr alles? Bruder, heute ist der toteste Tag. Ja, aber... Digga, Rintour, lasst einfach wegfahren bitte kurz. Ist doch alles scheißegal. Was machen sie jetzt? Wir fahren jetzt Quads. Ihr kommt auf meinen Helm drauf und ihr hört beide Quads. Also wir machen wieder mit Funkmikro. Heilige Scheiße. Digga, wir haben jetzt einfach das ganze Zeug irgendwo bei denen in der Garage liegen. Da liegt der ganze Scheiß. Wenn das irgendjemand klaut, der hat einen größeren Nutzen als wir davon. Digga, Mann. Man... Manchmal lassen Leute so Sachen auf der Straßenrand liegen und sagen, kann man mitnehmen oder zum Verschenken. Ja, ja, ja. Legit, das machen wir damit. Ahhhh. Sieht fresh aus? Jaaaa. Oder wir haben nicht mal ne Stunde, glaub ich. Ich weiß. Ne Stunde, wenn es hochkommt. Wo sind unsere Sachen eigentlich? Äh, wir haben die einfach vor die Tür gelegt. W. Ja, oder wenn die jemand mitnehmen will, soll ich nehmen. Hier. Nein, soll er nicht nehmen. Warum? Äh, da ist dein Handy vielleicht? Ja, egal. Oh, da sind... Oh, tschüss. Oh, wie monströs. David, fahren wir gleich. Das ist krass. Leggo. To move this, you need to press the brake. Press the brake to move this, put it neutral. Key, turn off. And here, you put start. Tschüss. Oder in Deutschland, Digga, das wäre so illegal, was hier gerade passiert. Hahaha. Oder da ist gerade Fahrführer, Fahrschule in drei Minuten. Okay, wichtig, dann komm her. Alright. So. Hey, ich spür da was. Ähm. Wie fahr ich nochmal? So. Uiuiui. Gott, Digga. Hoppala. Wuuuuh. Oh mein Gott. Alter. Hoppala. Digga, ich hab das Gefühl, dass man sich anschneiden sollte. Let's go. Wuuuuh. Oh mein Gott, Digga. Wuuuuh. 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 Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Tüsch, Alter. Tüsch. Alter, dein Leben, Bro. What the fuck? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Digga, das ist so ein geiles Gefühl. Wuuuuh. 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 Oh mein Gott. Boah, das ist geil. Alter, wir sind richtig 80. Digga, darf man hier überhaupt 80 fahren, Bro? Ich hab keine Ahnung. Digga, ich fahr 80. Digga. Ach Digga, hier ist 40. Scheiße. Alter, Leben. Bro, what the fuck. Geil. Oh, Bruder, 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 what the fuck. Digga, what the fuck. Hör, was ist das? Hör, was ist das? Warte, wir fahren, oder? Digga, was sind wir hier, Alter? Wuuuuh. Digga. Wuuuuh. Holy fuck. Wuuuuh, what the fuck. Digga, wir gehen jetzt mit den Endjock. Oh mein Gott. Alter. Ich geb die ganze Zeit nur Gas. Scheiß drauf. Oh nee, nee, nee. Das hatten wir im Snowtrim auch. Scheiße, nee, nee, doch nicht. Wait, hier ist Endjock. Was ist denn hier? Hä? Hier ist vorbei. Hör du jetzt? Mike, wie findest du von 1 bis 10? Digga, 10. Digga, das ist... Retalk? Retalk? Ich find das doch geiler als Kart gerade. Ich mich fackts ab, dass wir actually so spät sind jetzt. Das ist so geil. Weil wir weniger Zeit haben. Das macht's doch geiler einfach. Okay, jetzt geht's bergrunter. Bro, das ist keine... Bruder, das ist... Warte, warte, warte. Digga, das ist doch keine Strafe. Das ist alles aber keine Strafe, Digga. Bruder, Bro. Hä? Hä? Was ist das denn? Digga. Okay, wir gehen nach links. Hugo, Hugo. Ich muss Gas geben. Das wird nicht schlimm sein. Ja. Okay, ich muss Gas geben anscheinend. Digga, das ist wieder zu krass. Ich geb Gas, ich geb Gas. Oh, Leben. Guck mal, die Vögel, Bro. Wir sind gerade in dem Film, Digga. Ich wöse, Bruder, ich wöse. Wir sind in dem Film, hab ich gesagt. Richtig. Oh, wie geil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Hur crawled. Ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade bisschen Angst. Digga, hast du gerade Paul gesehen? Paul war schon so? Haha. Ich hab ja wirklich Angst hier. Halt sich Ron fest, ne? define ich first. Durch das rum. Okay, jetzt kracht's, jetzt kracht's. Digga, oh Gott, ich glaub, der hat... Oh mein Gott. Ich muss aufroad kurz. Oh Gott. Bruder, das ist weniger schlimm als die Straße. Digga, das ist keine Straße mehr. Bruder, wir sind am Arsch. Das ist alles aber keine Straße. Ich kann da nicht fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin stark, ich bin stark. Oh oh. Oh mein Gott. Bruder, das hat uns... Ihr habt uns Steine ins Gesicht geschossen. Digga, ihr kleinen Hunde. Wir sind stark, Bro. Fuck off. Digga, halten fest. Was jetzt? Ich weiß es nicht. Digga, alle am Film, dass es krank wird. Du darf wirklich... Drück sofort durch. Scheiß auf mich. Du schießt mir so viele Steine ins Gesicht, wie du willst. Okay, okay. Jetzt. W, W. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ey, danke, Feister. Feister, Goat! Nee, das passt. Oh. Oh, Lächste, ne... Nee, das... Boah. Okay, wir haben ne Schlimmere. Das soll so. Was soll so? Was soll so? Wir sind schon wieder stuck. Ey, Jungs, wir sind... Nein! Bro! Was haben die gemacht? Oh mein Gott, was machen die? Was machen die? Ey, wir müssen helfen, Bro. Digga, wir lagen legit. Wir waren 45 Grad Winkel. Ja, Digga, da war... Da... Da hatte ich richtig Angst, dass wir umkippen einfach. Wir sind umgekippt, legit. Wir waren beide unten. Seid ihr runtergefallen? Ja, also wir mussten absteigen. Hast du gefilmt? Nein. Digga, oh mein Gott, bist du scheiße. Mann, Digga, ich bin fast gestorben da. Du hast deinen Windschutz angespuckt, du ekelhafter. Warum solltest du stuck? Ja, guck. Hä? Hä, Digga? Hä? Ich schwöre, du war gerade stuck. Dankeschön. Wir haben sie getrollt. Hihi, getrollt. Hallo, ich laufe. Ich bin, ich bin... Hä? Ich bin hier hinten, die fahren weiter. Bro. Bro. Nee. Digga, ich wurde ja alleingelassen. Was soll das? Egal. Jetzt ist es wild hier. Ich bin in Staffel 4 dabei, Jungs. Warum schreibt jeder Feißer? Was hat er gesagt? Ihr habt ihn vergessen. Ich krieg nur noch auf Gas. Fritz gibt's nicht mehr. Come on! Jawel! Wuuuuh! Life is a highway! Oh! Oh, das lohnt wie! Oh nein, geh nicht auf die Straße! Nein, geh nicht auf die Straße! Nein, geh nicht auf die Straße! Oh nein, das ist ein Streuner, glaube ich. Oh nein! Okay, wir sind gleich da, Jungs. Gleich ist die Quot-Session vorbei. Und dann fahren wir mit der Pferde. Wir streamen das auch. Aber da würde es wahrscheinlich das ein oder andere Mal zu Lecks kommen. Das war's, richtig ja. Ja, gut check. Das war's. Das war Geisteskrank geil. Ich hab's underrated. Das war so geil. Ja, ich hab's auch underrated. Das hat mich richtig glücklich gemacht gerade. Ich hatte Angst, dass es eine Langweilung für den Stream war. Aber ich glaube, es war der beste Content bis jetzt. Ich finde das tausendmal geiler als Kartfahren. Ja, ja. Oh, Jungs, wir haben nicht getankt. Ja. Aber, was der Mann nicht weiß, macht ihn nicht heiß! Warte, warte. Ich guck, ich guck. Vielleicht haben wir Glück und wir haben nichts verbraucht. Bei mir ist immer noch gleich. Ja, wir haben wissen ja nicht viel von mir. Ja, wir haben wissen ja nicht viel von mir. Wir haben wie viel? Ist man ja auch gleich? Ja, W. Können sie meine Eier lecken, so? Die können meine Eier lecken. Läuft die Kamera? Die läuft ehrlich? Das ist scheiße feinlich gerade. Was hast du gemacht? Nein, läuft die echt die ganze Zeit? Bruder, geht's wirklich scheiße. Digga, ist wirklich kacke, Bro. Ich weiß nicht, ich will nicht enttäuschen, aber Bruder, ich glaube, wenn wir auf der Fähre streamen, du kippst legit um, Bro. Oh mein Gott. Haben wir noch Wasser? Oder wenn ich morgen krank bin, dann ist er tot. Wenn man aus einem Abwasserrohr trinkt, dann wird man krank. Ja, du hast, du hast aus dem Abwasserrohr getrunken, ja ein Neuschitt, dass du krank bist, Mann. Du hast einfach Wasser getrunken, wo Leute reinkacken. Ich war ja da vorkrank. Auch wenn ich es nicht will, ich glaube, wir sollten hier einen Schlussstrich ziehen und morgen mit guter Kraft reingehen. Lass vorgehen, ich glaube, da scheint die Sonne geil, wenn das geht, ich weiß Gott nicht. Okay Freunde, danke fürs Einschalten. Danke an alle Sass mit Bits und Nations. Vielen lieben Dank. Es war heute ein bisschen... Es war schon ein bisschen... Es war trotzdem funny. Wir waren heute am Strand, wir sind Quad gefahren. Quad war so geil. Hoffentlich habt ihr es enjoyed. Und dann ist das Schlusswort bei Google. Wir machen viel kranken aus AP. Dazu kommen... Nein, nicht das Flugzeug. Warte. Er äscht ihn beim Essen. Komm, 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 komm. Ah, warte. Lecky. Lecky Specky. Das war so allein.